die die schützen das hat und jetzt war es aber noch nicht das so dass wir nur noch nur achtungen das auch so wird kölnisch da die einstecken hier vorhanden die ich muss noch mehr Jetzt kannst du den Expunkt herstellen! Ähm du hast den Flugbereich gesichert vom Intenemus. Okay. Ähm, pass auf, du kommt irgendwas. Ja, Säurebombe. Ah ne ne ne, Orbital... Oh, irgendeine Orbitalding... Auf fliehen sie! Oh, fuck! Du hast den Luftraum für mich gesichert, alles klar. aber weil er doch gut noch vor Ort mehr auf der Gebäude und so ist ein feiglinger der Modell der die Kölner abholen Neue oder die Lose einheitlich einfach nix an die Kanzlerin das ist nicht wahr die Einheit verloren und dann noch so Tsunami-Ami! Der kommt, penn ich hier oder was? Haha Oh ja ich hab'n 10 Dezimator Leute, das hab'n schon gar nicht mehr Ja den hau' ich mal beim Russen rin, ich glaub' Der Russen rin hat nämlich ganz schön viel Feindliche Einheiten entdeckt Zoom Baah RIP Letztgeschwader Homiga So Leute, wir machen hier Fortschritte Ja große Fortschritte hier Das war gar keiner Noch mal betrachtet Neun Ah die scheiße Schweine können sich nur in eine Terrordrohne verwandeln Ja das ist egal So jetzt weiß ich mal die Jetzt weiß ich mal die ganze Eine ganze Tsunami-Panzer Und überwenden den jetzt nur hier Der Alliierte hier Der nervt mich jetzt Oh ja der Russen hat kein Saft Das sieht man hier ganz schön Zum Glück Die Einheit verloren Das gibt's nicht Was macht das? Oh ne, da machen wir grad Rückzug Ich suche schon was der da alles neu hat Ja sein MPF fang ich jetzt grad ab Super Ne der Alliierte der hat ja ganz schön am Eingang sich eingepunkert Ich muss irgendwie versuche Drum sie kommen Ah ja ihr schrecken die Idee Aber jo Bis dahin Oh ja Crystrahl Yo Fu Oh ja das war mir klar gewesen So Mach mal den hier noch kalt Ich mach immer die Tasten auf der F-Tasten Das war eine kleine Norde Wenn man die Gruppen nämlich innen teilt Jo dann Weiß man nicht wo wo ist Ne? Oh der ist ja noch nie Also ich Cut mal einen Proton-Collider Wenn du deine Einheiten zurückziehst Ähm ja wo sind sie Ja Ah ne die Ich schieb mir das mit Wasserbasis da auf oder? Welche Wasserbasis? Äh da hinten die Wo deine Schon gut? Ja Oh schon nicht Ähm hau sie da bei einem Alliierten An den Vorposten hat er Oh jetzt hab ich schon hier Beim roten hab ich jetzt schon Egal komm Ja gut Boah So geht's Jetzt noch ne 3D-Brille Ah ja der hat doch nix mehr ne? Ne der hat eigentlich nix mehr da Er hat nur noch Er hat nur noch seinen guten Willen Wo er hier auf seiner Basis hinterlassen hat Genau Gart noch irgendwas Oh das geht nicht Oh das geht nicht Oh das ist doch mal so langweilig Oua Oua Das hat weh getan Oh man Also er hat hier noch ne kleine Basis Boah Was hat denn der hier Ohne nix Guck mir jetzt wohl gar nicht ab Da kommen sie Yo Weg doch mal Ja ich kann vielleicht infiltrieren Dann komm schnell und transformieren Ja Yeah Ein Feind vom Sieg So Muskeln ist platt Nicht schlecht Weil der Elblaue existiert hat er noch Der Elblaue existiert noch Yo der ist nix mehr tot Der hat doch noch Kraft und nix mehr Punkt Ich seh ne grad nämlich Oh wens Ich hab ne paar wie X Zup Die Transformationen sind so geil Leute Ja ja die ist wirklich geil Ein Striker, ein Chopper Das ist draußen Ja komm Einheit wird angegriffen Jo ich wärs was hier angegriffen Das ist mir ja nix Neues Komm Leute jetzt komm da hin Komm da hin So der hat aber ganz schöne Verteidigung Na ja nicht ganz schön aber Also schön hier eingelegt ne Außerdem wo die Saftabdreh Saftabdreh Ah Standbild Jo ich hab kurz ein Problem hier in der Verbindung Also Leute wundert euch nicht warum hier Ganz kurz Kommt hier so ne Stützung mit Schoppers Die Verbindung abgekackt ist Ich hab's ja nicht mehr Da hab ich auf gehen Jaha erkennt das nicht mehr Ich hab's ja gehabt Ich hab's ja nicht mehr 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 Hey, Konnoffäre! Jo, der Neo schaut doch mal vorbei. Ja, mach das. Ja, da muss ich mich verspissen. So, war's doch, oder? Normalerweise müsste es das gewesen sein, aber ja, du weißt ja, wie brutale Gegner. Da ist ja noch was. Ich freu nur dem Kaiser gegenüber. Jo, komm an, haugen, komm an. Siegreich, Leute, siegreich. Der Samurai hier. Oh, haben wir die Gehölte. So, war wieder zu leicht gewesen, wieder für mich und Neo. Ja, Leute, die haben wir eiskalt abserviert. Ja, diesmal drei brutale Gegner, keine zwei und ganz wichtig und das Bild zufälligerweise gewählt. Das war Zufall, es war Zufall. Jo, Leute. Jo, ihr seht ja hier super, ich hab zwei angewendet. Mastermind hat einer angewendet und der rote, zwar nicht bei uns, aber jo. Jo, das ist egal. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich und Neo noch eins machen werden in nächster Zeit. Je nachdem, ihr habt ja gesehen, das war wieder zu leicht für uns beide. Und jo. Jo, waren's gut, Leute. See ya. Jo, bis denn. See ya.